Kaum eine andere Stadt der USA wurde so von den Einwanderern geprägt wie New York. Die erste Station für etwa 15 Millionen Menschen war, ab 1892, die vorgelagerte Insel Ellis Island. Und der Traum von der Freiheit wurde für sie bereits kurz vor der Ankunft in New York spürbar. Beim Blick auf Lady Liberty. Bis heute ist New York ein Magnet für Einwanderer aus aller Welt. Und das hat Gründe. Man kann hier seine Religion frei ausleben. Man kann tun und machen, was man will. Niemand stört einen. Jeder ist freundlich zu uns. Mit Gottes Hilfe kann man hier gut leben. In den vergangenen Jahrhunderten suchten vor allem Europäer hier eine neue Heimat. Seit einigen Jahrzehnten kommen die Menschen hauptsächlich aus Lateinamerika, aus Asien und aus Afrika. Die Zuwanderer leben bevorzugt in ihren eigenen Vierteln. Eine Verschmelzung der verschiedenen Einwanderergruppen mit anderen oder Einheimischen ist eher selten. Einwanderergruppen mit anderen 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 Einwanderergrupp